Du lause, Junge! Tag, Herr Solder! Und hat er dir eigentlich mal erzählt, was er macht? Wer? Wer? Der Mann aus dem Park, dein Freund? Er erzählt immer von seinen Reisen. Haben Sie Freunde? Freunde? Freunde hat man nur so langsam gut geht. Ich hab' einen Tipp. Sicher Sache, halbe Million. Ich will meine Ruhe haben, weiter nichts. Hast du ja spioniert. Ich wollt' nur wissen, was los ist. Und was ist los? Zerlaubnis an. Ein Telefonanruf. Und deine ganze beschissene Vergangenheit liegt auf dem Tisch. Wenn du Mist gebaut hast, will sie dich hopp nehmen. Ich mach' dich fertig. Es ist nichts, überhaupt nichts. Aber sie müssen ein neues Verbrechen verüben. Wann können wir uns treffen? Bitte bald. Ich erzähle ihnen dann, was ich meine. Sie dürfen nicht Nein sagen. Das wäre schlimm. Es soll denn er mère? Es soll denn er? Es soll denn er? Es soll denn er? Untertitelung des ZDF für funk, 2017